Musik Jetzt habe ich mir etwas Puder unter die Augen aufgetragen. Das ist das von P2. Und jetzt nehme ich von Essence das Color Arts Eye Base. Dann nehme ich mir etwas Produkt auf die Hand, nicht besonders viel, das ist ein kleines bisschen. Und verteile das auf meinem Augenhid. Auch bis hoch zur Augenbraue. So. Dann warte ich ein bisschen, dass das einzieht. Dann nehme ich erstmal von der Carly Bible Palette diesen Cremeton und gehe dann mit einem flüffigen Pinsel rein. Das ist mit Evelyn. Und trage das auch mal ein komplettes Lid auf. Das nimmt erstmal ein paar Färbungen aus dem Gesicht, also auf den Augen wieder und bereitet das sind die beiden einheitlich. So. Als nächstes nehmen wir einen matten Braunton und zwar nehme ich auch wieder den von Carly Bible, den mittleren hier. Nehme diesmal aber den Cremeton auf und gehe komplett damit in meine Lidfalte. aber bleibe auch nur in meiner Lidfalte. Also verblende das jetzt eigentlich nur in meiner Lidfalte. Bis auch nach vorne. Und lasst euch ruhig Zeit beim Verblenden. So. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Und was wir jetzt machen werden, ist nun gehen wir in die dunklere Farbe, also dieses dunkle, braun, grau, gehen da ganz leicht rein, tippen wir es mit der Spitze an und verteilen es ebenfalls in der Lidfalte. Einfach ein bisschen mehr tiefer zu schaffen. Dann nehmt ihr einen flachen Pinsel. So. Und geht in einem Braunton. Ich nehme hier dafür die Mixed Metals Talente von Zoeva. Und gehe in die Farbe Rusty's Ear. Und gebe es in meinem äußeren Augenwinkel. Und bleibe auch wirklich nur im äußeren Augenwinkel. Und nicht zu weit reinkommen. Und das, wenn ich jetzt gerade ausschauen würde, dann nur den Bereich, der weiß von meinem Augapfelweiß ist, genau wie vorne. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. So, das machen wir auch. Dann nehmt ihr erneut den Ebelinpinsel und verblendet mal die Farbe. Geht nicht zu sehr rein, hier in die Mitte wo es hell ist. Einfach nochmal den Übergang gleich absaften. So. Dann möchte ich es gerne doch etwas intensiver haben an den Enden. und gehe dazu mit einem kleinen Pinsel in Onyx rein. Das ist zwar ein Schwarzton, aber ich finde er ist schwach. Also er ist nicht so arg pigmentiert. Und da bleibe ich auch wirklich nur so ganz leicht im äußeren Topf. Wenn man das nur so leicht intensiviert wird. Genauso mache ich das selber im Innenwinkel. Dann könnt ihr wieder den Pinsel nehmen von vorn und das schwarze nochmal verblenden. So. Was wir jetzt machen, ist gehen in Neobrass rein. Das ist diese Farbe hier. Und zwar gehen wir damit mit einem flachen Pinsel nochmal. Aber das ist jetzt nicht derselbe von vorn. Gehen in die Farbe rein. So. Und gehen jetzt auf diese Fläche, die wir noch nicht gepinselt haben. Und mit das jetzt noch etwas zu intensivieren, sprühen wir unseren Pinsel gleich an. So. Dazu nehme ich etwa so ein Stück auf, nehme das Acryl Spray von Balea, sprühe es etwas an. Und dann gehe ich damit nochmal auf meine Farbe rein. Und dann gehe ich damit nochmal auf meine Farbe rein. Seht ihr den Unterschied zwischen dem und dem? Und dann gehe ich damit auf meine Farbe rein. Und dann gehe ich den Bronzeton hier rein. Und gebe das jetzt noch über dem Braun auch. Und gebe das jetzt noch über den Braun auch. anschließend nämlich den fluffigen Pinsel, den ich ganz am Anfang benutzt habe, ohne Produkt und verblende nochmal den Übergang nach oben. Jetzt können wir das Puder unterm Auge wechseln. So. Dazu nehmen wir jetzt. Wieder in den Spitzenpinsel. Gehen in den Braunton von Anfang an, den hängeren. Und gebe hier unter den Wimpernkranz. Gehe ich noch in den anderen kleinen Pinsel. Dann gehen das helle Grün wieder rein. Und gebe das mir hier vorne aufs Auge. Und jetzt tun wir uns noch einen Eyeliner ziehen. Dazu nehme ich den Liquid Ink von Essence. Als Wimpern verwende ich die hier. So. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, er gefällt euch. Ihr würdet euch gerne dieses Augen-Make-up nachschminken. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen oben da lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn mich auch eure Sehntel zu abonnieren würdet. Und wenn ihr möchtet, mache ich gerne weitere solche Looks mit Paletten oder auch einzelnen Lidschatten. Und mir persönlich gefällt der Look. Ich mache ihn auch heute ehrlich gesagt zum ersten Mal. Und ich finde, der geht auch zu jeder Augenfarbe. Und wenn ihr genauso denkt oder vielleicht anders denkt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.